Lustige Witze, das Out-Tag-Video in 3, 2, 1, los! Pures, äh, pure Selbsterfahrung, jede andere Dicke kotzt. Das Schlimmste daran, eine Giraffe zu sein, ist die Menge an Zeit, die man hat, um über seine Ferne... Wie dann abzudenken wäre man... Das hab ich vorgelesen. Das Schlimmste daran, eine Giraffe zu sein, ist die Menge an Zeit, die man... Wann ist das los? China ist... Meine Mutter hat heute Geburtstag. Ich sollte mir endlich eine Freundin suchen. Die würde mich nicht haben, leider kein Perfix für den Penis. Oh mein Gott! Das ist... Das ist... Tatsächlich! Rate! Rate! Ah! Ah! Was haben Dobby und meine Freundin gemeinsam? Beide sind elf. Nimmst du sowas wirklich mit in deine Videos an? Natürlich! Alter! Lustige Witze! Mit schwarzem Humor! Lustige, lustige Witze! Was ist der Unterschied zwischen Dicke und Legends und einer nackten Frau? Die nackte Frau hat mehr Zuschauer auf Twitch! Boah! Boah! Was ist der Unterschied zwischen einer Kiste Bier und einer nackten Frau? Oh! Die Frau stört! Wenn Tiere nicht gegessen werden wollen, warum sind sie dann aus Bacon gemacht? Aus Essen gemacht? Prost! Wir trinken das Bierfass aus! Ja! True Story! True Story einfach! Ich hab von unten und hab euch direkt gehört! So krass! Ja, das hab ich auch gehört! Das war männlich! Willst du? Ahahahahahahahahaha! Ich kriege ich gelaufen! Hey, weißt du was ich gelesen habe? Alter, das ist halt richtig krank hier und da warnt es ein Mädchen mit ihrer Mathelehrer erst tot! Genau das hab ich auch gelesen! Und früher war er immer blau! Boah, das ist echt krass! Was ist der Unterschied zwischen Gleitgel und Spülmittel? Spülmittel? Spülmittel! 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 Metal, Leute! Crazy Countdown-Fans! Gott gab den Menschen Intelligenz! Ausnahmen! Bekamen die... Was? Bekamen die Regeln! Oh, was? Oh, wie assi! Bekamen die Regeln! Wie assi! Ich habe ein Problem! Du meinst die Klausur morgen? Achso, kurze Klausur! Nur wer die Sprache beherrscht, ist in der Lage den Gegner Ravioli zu bieten! Ich hab mich schon so weggeschmissen, als ich den geschrieben hab! Wir gehen jetzt auf. Don't stop! Believe it! Onto this feeling! Feel like... Oh nice! ...what she sees, what you see. Tanzverfolge Scheiße, Alter. Och, wie schön. Und wie heißt du jetzt? Mammel. Scheiße, Mammel. Was, Alter? Scheiße, machen wir doch mal. Ja, hoffentlich. Ich hab geheiratet... Was heißt nie hoffentlich? Klassentreffen, ich bin gespannt, und es war auch die blöden Pfosten. Das ist der geilste. Das dritte Bier schmeckt schon wieder so, als ob die Alde heute Abend auf die Fressen kriegt. Prost. Nix mehr. Das riecht schon wieder auf die Fressen hier. Halt die Schnauze. Du bist Model? Nein. Das ist lustig, weil sie so hässlich ist. Ich frag mich, warum ich Single bin. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Abonniert meinen scheiß Kanal. Lade meine scheiß App runter. Ciao.